Was geht ihr heute? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute Alphastein. Was geht, Dicke? Alphastein? Wo bist du? Dicke, wie wär's, wenn du ans Mikrofon drangehst? Alles klar, mach die mal kurz bereit, Bro. Ja. Mach die mal bereit. Also, in-game mal bereit machen jetzt. Sehr gut. Mir geht's sehr gut, aber du musst dich bereit machen, Stein. Also, ja. Ja, Leute, wir spielen heute gemeinsam eine ganz, ganz witzige Sache und zwar habe ich auf Drop Night einen Deathrun... Ja, Season X. An der Stelle übrigens... Alphastein, du hörst mal wieder recht mit deinen ganzen Anschuldigungen oder sowas. Trotzdem hast du einfach nur reingelackt und du hast keinen Epic Games Kontakt. Das möchte ich jetzt hier einfach an der Stelle... Du hast alles klar. Ich hab Mitarbeiter, ich hab's dir gesagt. Ja, gut. Wir wissen es von Anfang an, dass du der krasseste von allen bist und ich glaube, ja, okay, alles klar. Leute, Alphastein und ich spielen heute den Only Girl Deathrun. Ein Deathrun, der eigentlich nur von Mädchen gespielt werden darf. Hä? Ihr könnt es hier mal ganz kurz auschecken. Ihr seht es hier gerade auf der Seite, Leute. Ein Only Girl Deathrun. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich würde sagen, wir schauen da einfach mal rein und gucken mal, wie ein Only Girl Deathrun aussieht. Let's go, Alter. Auf geht's. Stein, hast du Bock drauf? Ich auch, Alter. Let's freaking go, Junge. Bist du gut in Deathruns? Nein. Nein? Ich will die nicht hauptberuflich. Und rein hier. Komm, Stein. Worin bist du gut? Only for girls. Ja, Minecraft. 25 Level Deathrun. Okay, ich würde sagen, wir starten das Game und auf geht's. Ich darf das nicht spielen. Warum? Nur, weil es für Mädchen ist? Ja. Ach so. Stein, warte mal hier. Du bist erst ein Spawner, Junge. Komm mal hier. Okay. Okay, gut. Was haben wir hier? Wir haben die erste Trap. Wie spielst du das mit mir? Ich weiß, ich bin schlecht. Okay, okay. Es kotzt mich jetzt schon an. Es sind wieder Fallenruns, Alter. Ich kann das nicht. Warum mit mir? Ja, ist eine gute Frage, wenn ich das mit dir mache. Hörst du auch die Musik? Ich höre auch die Musik, ja. Okay, wie funktioniert das hier oben? Ich muss noch mal kurz nachdenken. Stein, wie wäre es, wenn du einfach kurz wartest, Bro? So, warte, 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 warte. Guck mal, Stein. Pass auf. Genau. Jetzt, jetzt, jetzt da drüber. Ja. Wie? Zum Toy? Okay, das ist schon wieder... Ich weiß, ich weiß. Weißt du, wie es geht? Ich habe Mathe studiert. Guck. Ja, okay. Und jetzt da drüber? Wie würdest du das machen? Okay, und jetzt den nächsten? Ah, hör auf. Nein. Komm zurück. Nein. Stein, komm her. Das ist doch nur für Mädchen in der Deathrun. Komm her. Warte, ich kann dir oben helfen. Ich kann dir oben die Fallen für dich triggern, dann kannst du herkommen. Okay, jetzt da oben. Komm schon. Okay. Jetzt weg. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Sehr schön, Stein. Ja, easy. Alter, warum haust du mich, Junge? Ach, Stein. Du bist runtergefallen, du Bot. Hä? Ich weiß halt, ich weiß jetzt halt auch nicht, warum das jetzt hier Only for Girls ist, oder? Keine Ahnung. Äh, ähm, Stein. Okay. Ja, warte, ich komme zu dir. Würdest du sagen, das ist ein Only Girl, Deathrun? Denkst du, Mädchen sind schlecht in Fortnite, oder was? Nee, das würde ich damit nicht sagen, aber ich weiß halt nicht, warum... Ja, ja. Ich bin Sexiswurst. Was ist denn nur für Mädchen-Map? Also, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Okay, Stein, spring. Äh. Ja. Okay. Scheiße, Junge. Stein, hör auf. Okay. Das ist nicht schwer. Hör auf. Ja. Ja, Stein. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich weiß es nicht. Ja, macht mega Spaß heute auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen halt da drüben mit dieser blöden Falle, Junge. Hä? Was? Was? Du, du, Alter, verpiss dich. Mann, wie geht das? Wie hast du es gemacht? Halber Trick. Nein, Stein, warte. Du musst mir vorne die Falle auslösen. Bro, wie hast du es gemacht? Ja, komm doch. Ja, geh doch da weg, Alter. Dann lockt mich doch nicht, du Opfer. Mann, Junge. Oh, Junge, Alter, Mann. Was ist denn daran Only for Girls? Ich verstehe das nicht. Es ist pink. Hey, du warst doch oben. Ja, ich weiß, ich bin abgerutscht. Hä? Bist du dumm? Ich war, Junge. Bist du ein Noob? Ich bin gestorben, Alter, an dieser F*** Falle. Halt lustig aus, okay? Komm. Das ist doch nicht wahr. Ich war doch gerade schon drüben, Mann. Ach, Alter. Bist du ein Noob? Du warst bei der WM? Okay. Halt dein Maul. Nicht für F*** Deathruns. Endlich. Junge, ich glaube, ich habe den Respawn nicht bekommen, du. Doch. Okay. Du W***, Alter. Hä? 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 Okay, what the F***? What the F*** muss man hier machen? Ich habe doch alle Fallen getriggert. Hä? Okay, Stein, lass mich kurz vorgehen. Unmöglich. Ich habe es. Alter. Ja. Hä? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Hehe. Warte mal. Ne, ist es nicht, oder? Ne, ist es nicht. Gut. Wie triggert man diese Fallen da oben, Alter? Muss man sich hinknien, oder was? Ey, Stein. Wirklich, das ist ein richtiger Sch***s-Map, Alter. Ja. Aber es ist jetzt. Ganz ehrlich, ich sehe hier wirklich nicht den Punkt, weil es ist einfach nur langweilig und immer das Gleiche. Es ist kein Investment Case. Alter, es ist Sch***. Es ist kein Investment Case, nein. Was tun wir jetzt? Hallo? Wirklich? Okay, Stein, wir spielen einfach einen anderen Death Run. Es gibt nämlich noch den Boyfriend vs. Girlfriend Death Run, okay? Warte, wir sind wieder am Anfang. Ja, genau deshalb habe ich keinen Bock mehr darauf. Und wir gehen zurück zum Zentrum. Die Map war absolut am Reinfall, Leute. Ich weiß nicht genau, was dafür Only 4 Girls gewesen ist. Keine Ahnung, ob nur Mädchen sich aufregen dürfen. Ich verstehe es an der Stelle nicht. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Boyfriend vs. Girlfriend Death Run, okay? Los! Los geht's, Alter, auf geht's. Geil! Boyfriend vs. Girlfriend Death Run, meine Freunde. The Death Run is for couples. Disclaimer, Girls' side is easier. Okay, dann nehme ich die Linke. Wir sind jetzt ein Paar. Wir sind jetzt ein Paar. Ich bin das Mädchen, du bist der Mann. Ey, süß. Okay. Ja, stimmt. Okay, sehr gut. Junge, ein Boyfriend vs. Girlfriend Death Run. Was für ein Müll, Alter. An der Stelle, das Game dürfte jetzt auch so langsam mal starten. Ach ja, guck mal hier. Okay. Girls only. Da gehe ich rein. Gut, Stein. Nein, geh weg. Nein, nein, du musst auf die andere Seite. Du musst auf die andere Seite. Warum muss ich? Weil das so funktioniert, weil du der Mann bist. Komm, du musst auf die andere Seite. Jetzt? Ja, komm rüber. Wir sehen uns dann, Stein. Och Mann, Alter. Alpha Stein. Ich versuch's. Okay. Blut Lava. Soll ich dir helfen? Ja, keine Ahnung. Die Lava ist heiß. Warte, ich try auch mal. Okay. Okay. Ah, okay. Das darf man nicht machen, ne? Hey, das ist einfach, oder was? Ja. Was soll das? Ja, ich bin ja, also okay. Willst du das Mädchen sein? Ja. Okay, dann bist du jetzt das Mädchen. Dann versuch ich den Jungen, äh, den Jungen Parkour. Okay, let's go. Das ist voll easy. Ich hab's geschafft. Schau. Okay, let's go. Okay, weiter geht's. Ah, hier ist eine Falle. Okay. Ah, scheiße, Alter. Okay, warte. Jetzt ist die Frage, Stein, kannst du Englisch? Ja, die Art, wie er dir Liebe gibt. Das ist gut. Obwohl, die Mädchen sind immer richtig. Also, die Antwort ist korrekt. Okay. Okay, bei mir ist es, ähm, äh, all of the above. Deine Zähne, dein Lächeln, deine Personality, dein unterer Körper, dein oberer Körper. Unterer. What? Äh, ich würde sagen, ich gehe jetzt hier in all of the above rein, Alter. Weil, du, ich mag dich für alles, was du bist. Bist du komisch? Ja. Ich glaube, ich habe die richtige Wahl getroffen. Okay. Bin ich so eine, aber geil, ne? Be polite. Don't think about anything else. Okay, Stein, ich sehe dich hier. Hallo? Yeah. Ist doch nicht schön. Wollen wir einen Apfel essen gehen? Ich kann da nicht reinspringen. Hau. Was passiert, wenn ich sterbe? Oh mein Gott. Ich kann doch sowas gar nicht, Alter. Ich will das gar nicht machen, Alter. Ich will das gar nicht machen. Ich will das nicht machen, Alter. Nee. Das ist doch Sch***. Man kann doch nicht Maps durchgendern, Alter. Man kann doch nicht sagen, das nur für Jungs, das nur für Mädchen. Vor allem ist meins ja viel schwerer als deins. Gleich gut. Ich habe unsere Niveau aufgebaut. Wie soll man das denn machen? Ich hasse Death Runs, Alter. Ich helfe dir. Ich komme rüber. Nein, kommst du. Du wirst niemals hier rüber kommen. Stopp, Stein. Es macht, glaube ich, wenig Sinn, eine Map nur für Jungen oder nur für Mädchen zu machen. Ich weiß nicht, dass es... Also, und ich hasse, dass einzelne Fallen einfach nicht auslösen. Das ist wirklich lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich. Stopp, Stein. Ich komme hier nicht weiter. Ich habe es dir gerade gesagt. Ich verstehe das nicht, wie das hier funktionieren soll. Ich weiß, dass es möglich ist, aber ich weiß, dass es ultra abge... Das möglich zu machen. Ich mache das nicht. Ich gehe jetzt zurück und gehe auf deine Seite, weil ich werde jetzt hier nicht die ganze... Es geht nicht. Es geht nicht. Ich bin hier gefangen. Ich bin hier... Oh Mann, Junge. Löst doch die Fallen aus, Mann. Das ist so unkreativ und hässlich gebaut, Alter. Derjenige, der das gebaut hat, ist auf jeden Fall Wachsmalstift im Kindergarten, Junge. Das weiß ich. Oh mein Gott. Okay, Stein. Ich mag dich. Nein, ich hasse es. Und ich bin ehrlich mit dir. Ich werde nie wieder in meinem ganzen Leben einen Deathrun spielen, der nur aus Fallen besteht. Jump'n'Runs. Cool, Alter. Aber der... Der Rest ist... Hörst du dir? Hörst du jetzt bitte kommen? Ich komme hier nicht weiter. Verstehst du das nicht? Nee, ich werde jetzt ins Bett. Ins Bett? Was ist da ein Bett? Ey, Junge, Alter. Mann! Ich war so weit. Das ist einfach nur Zufall, ob man es schafft. Da ist... Tut mir leid. Das ist einfach nur Müll. Deathruns ist einfach nur Müll. Ich bin mir gleich. Mann! Ey... Du hast doch wirklich von Autisten für Autisten gemacht, dieses Ding hier, oder? Da ist noch eine Fenster im Boden! Nee, nee. Auf keinen Fall springe ich dann noch da drüber. Ich bin damit raus, meine Freunde. Ich werde das nicht weiterspielen. Ich bin raus. Tut mir leid. Digga. So ein Deathrun. Man kann ihn so und so gestalten. Aber das ist einfach nur Müll. Das ist unkreativer Bullshit, Digga. Und ich bin mir sicher, dass kein Mensch den Support-The-Creator-Code von dieser Person eingetragen hat. Zurecht. Wohlgemerkt. Ich hab 300 Creator, du. Ich hasse dich so sehr. Leute, wenn ihr wollt, dass ich mit Alphastein nicht nochmal aufnehme, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr wollt, dass wir nochmal aufnehmen, lasst einen Daumen nach oben da. Dann wisst ihr Bescheid. Also ihr müsst einfach einen Daumen nach oben da lassen. Nutz. Gerne meinen Creator-Code, weil da kommt wenigstens was Anständiges mal rum. Lasst einen Daumen nach oben da. Ja, alles klar. Ich bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.